Wie Internet und Fernsehen zusammenwachsen, das sehen wir hier sehr schön. Klaus Merkel vom Institut für Rundfunktechnik zeigt uns einen aktuellen Prototypen der Tagesschau. Und die guckt man dann eben nicht mehr live um 20.15 Uhr, sondern zeitversetzt und dann auch à la carte. Da kann man sich die Beiträge dann einzeln abrufen. Und die werden dann natürlich auch immer rund um die Uhr aktualisiert. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus dem ARD Presseclub. Da kann man dann zusätzliche Informationen mit in den Bildschirm integrieren, beispielsweise Informationen über den Moderator oder die Gäste. Möglich sind dann aber auch beispielsweise so Dinge wie TED-Abstimmungen, und zwar ganz bequem aus mit der Fernbedienung. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern soll ab 2011 schon die Regel sein.